und damit herzlich willkommen zurück zum minecraft megamine wir werden jetzt mal ein bisschen level farmen ich hoffe er nimmt minecraft auf und nicht das avira fenster was da unten hängt danke avira gut job alter lag das und ich hab natürlich wieder volles inventar ein richtig volles aber wir haben auch genug schweine das heißt einmal schlachten und dann einmal neu hochzüchten so ich bin auch wieder dabei ja genau hier ist aber die anderen beiden noch nicht ich weiß nicht ob die kommen die sind doch kirsch ist tier S so einmal noch durchfüttern ich will jetzt eigentlich gerade mal wieder level 30 werden war ich ja ein bisschen länger nicht ich bin ja letztens auf level 28 gestorben wenn ihr es direkt gesehen habt und wenn freddy und uns müssen wir mal was lustiges besprechen also lustig für uns eventuell weiß ich ja noch nicht boah lag level 19 kaum eine karatte noch ja letzte karatte losgeworden schnell mal ein stack schweinefleisch aufsammeln 44 schweinefleisch einfach so die haben übrigens viel zu extrem viele tiere was jörg ist das herbert stone jörg hallo hi hi warum bist du rausgegangen zeitüberschreitung versendung unterbrochen best server eu ich wollte gerade sagen das server ist richtig stabil und so fackeln nehme ich nochmal mit alles andere erstmal wieder in die schmutzkiste so haben wir noch anbau sie brauchen ein paar und dann wollen wir noch ein bisschen weizen wo wir fressen noch mal vorne hier bei weizen nehme ich auch noch mal zwei stacks mit und dann fütter ich die nochmal bis level 19 und ich hoffe jörg du bist schon noch da ne ich bin noch da ja 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 gut weil ich habe jetzt irgendwie alles ich hab dich auch die ganze zeit gehört ich war bloß auch noch einmal aus dem spiel rausfüllen ich bin noch nicht ganz so viele freddie darf nie wieder die rinder oder irgendwas so hoch züchten dann geht der server nämlich dauernd und zwar extrem ich weiß nicht bei mir in der aufnahme hatten wir es ja noch nicht gesehen aber bei euch als freddie die tiere so hoch gezischt war es ja irgendwie der server abgeschmiert ne das kann ich mir nicht vorstellen weil weißt du noch die fotos die freddie gemacht hat von gaming area ja ja das waren tausendmal merkwür weißt du wie das aussagt also ich glaube nicht dass es daran lag scheiße 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 kommt her ich lass gerade die hälfte der rinder frei ich weiß nicht vielleicht hatte der server einfach mal wieder einen schlechten tag also eigentlich wie jeden tag aber Alter ich mein selbst Paya beschwert sich in seinen Aufnahmen darüber dass das Server scheiße läuft ich hab da mal ab und zu mal reingeguckt ja wie gesagt ich hab jetzt heute Part 63 so ein bisschen geguckt die anderen Parts die er heute online gestellt hat nein ab 63 bis 66 oder so wo er wo sie halt versucht haben mich zu töten hm kannst du ja wenn du Lust hast nochmal an mein Haus vorbeigehen ich hab da so ein bisschen was modifiziert ok soll ich Angst haben hm keine Falle gut gut ich glaub nur weil nur eine Terrasse gebaut achso also ein Balkon ach ein Balkon so komm mal her Hühnchen und mein Schlafzimmer oben kannst du auch noch angucken ist zwar schlicht gehalten aber schlichter sind nicht schön zünn ist auch schön mit Gewalt in den Spalt oh was lecker so ja wahrscheinlich liegt es gerade an mir ich würde gerade alles aber ich hab dich hier zuerst mit ich habe neungefährst und es läuft relativ flüssig da sieht er jetzt hier 155 Chance aber einfach bei uns was what the fuck warte meiner liegt gerade 44 24 19 145 153 161 441 ok ja die ganzen Viecher halt ne ja das ist auch noch mal ein paar mehr sein ich guck mal nach wie viele Viecher wir insgesamt haben also hier hm hm oh Alter wie das aussieht wenn dann die Hühner hinterherlaufen das ist einfach so ein riesiger Klecks an weiß und der rennt einem die ganze Zeit hinterher hast du schon mal im in äh im Dingesmodus schon mal so ne Hühnerbombe gemacht also wenn du die ganze Zeit mit dem vor dem Ei auf eine Stelle klickst und dann einmal gegen kommen dann sprengen die alle so auseinander musst du mal machen das sieht geil aus ok weißt du was ich meine? ja 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 ich verstehe es schon hab ich aber noch nicht gemacht nein so Seeds sind gleich alle kannst du ja mal machen wenn dann dazu wieder alle sind kann ich ja auch auf dem äh Dingens machen ok hast du ja keine Wartensiege hm klar ich hätte echt gedacht die haben ein bisschen anders reagiert als die Geschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlechtschlecht waren die richtig ernst oder? ja die machen so ja das war jetzt unnötig ich dachte da kommt so von oh my god was hat der nur gesagt alter wie geil das aussieht mit den Hühnern die alle boah das sieht richtig hammer aus die stehen so im Kreis um dich rum und alle glotzen dich an das ist richtig cool ich geh mal kurz warte mal jetzt sind es immer noch 441 was läuft denn da? und ich bin Level 30 stimmt jetzt brauch ich nur noch ne Dierrüstung ich mach nur glaub ich als erstes nen Harnisch den ich verzauber lohnt sich halt am meisten ne? hm kommt halt immer drauf an was rauskommt ne? ja alter wenn ich jetzt wieder ne schlechte in Level 30 verzauberung kriege dann kotze ich ne? halt immer so ne Sache ding hm werd ich auch erstmal nix reparieren und ich hoffe die 1.8 die kommt echt schnell ja ich auch also vor der 1.8 werd ich auch nichts reparieren es lohnt sich halt überhaupt nicht ne irgendwie werd ich auch erst nach der 1.8 anfangen mit Speed aber nein mit was? genau erst nach der 1.8 anfangen mit Speed weil man schnell besser seine Sachen zusammen machen kann und so als er sicher so viel kostet ja ok Level 30 danke Schafis danke die Sache ist halt auch du kannst halt soviel Scheiße singen kannst du viel haben kannst du auch nen richtig Fächer Alter was hab ich wieder so ne Eisel so ich lauf jetzt mal ganz schnell ins Lagerhaus hoffe dass wir ah hallo wir können ja wenn wir noch Zeit haben vielleicht auch nochmal nen Gang vom Verzauberungsraum Kanalisation oder so machen ne? vom was? vom Verzauber... ja nee ja ich weiß was du meinst hatten wir gestern geplant Alter wie viel Eisen Ressourcen... äh das Ding kostet 8 Diamanten ne? was? ja ja ich brauch ja alles bis auf ne Hose nochmal aber ich hoffe mal ich finde da wieder welche ich hab zwar leider keine Glücksspitzhacke mehr aber dafür ne Behutsamkeit ja super aber ich könnte sie damit abbauen aber ja ja dann mit ne Glücksspitzhacke ja wenn einer eine hätte ich hab einer aber ich meine es so gut geht kaputt und wenn ich die reparieren will mit ne normalen Spitzhacke kostet mir das 35 Level Läuft bei dir? da sag ich nein so ich stehe jetzt für 2 ja ähm Level 30 und rap Haltbarkeit 3 Blast Protection für... 4 was ist das? was ist das? Plus Reflektion Pfeile toll toll ganz toll ist das nicht Projektil Projection? keine Ahnung musst du gucken hast du deutsches drin? natürlich hab ich deutsches drin ja guck mal her da komm doch du zu mir what the fuck ich bin in der Mine wo bist du denn? in meiner Mine ok und ich bin hier gerade unten in einer Mine rausgekommen ok welchen Gang bist du reingegangen? warte ich komm auf den Hauptgang ähm hinter der Treppe also wenn du runter kommst auf anderen Seite ja ja seh dich ne doch ich seh dich ja nur im schwarzen stehen ich hab keinen Timer gestellt ich muss gleich mal beenden alter bist du weit gelaufen ey nein dazwischen sind überall noch Höhlen überall wo du Koppel gebaut hast wahrscheinlich ja ja ich werd das ist richtig schlecht Explosionsschutz 4 ganz klar ja kannst du mit TNT dir schon mal nicht viel antun muss mal hinten den Gang lang gehen da ist einmal eine Mine und da ist ein Skelett oder ein Zombie der Zombie ey weißt du wenn du mit anderen Leuten farmst nicht die machen nirgends und licht hin zum Kotze da verlangt doch wirklich nicht viel einfach den Gang auslichten 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 mach ich höchstens bei Bäumen und bei Sträuchern kann man aber auch mal bei den Dingers machen da würde ich es eher ausleuchten wie zum Teufel komm ich hier wieder hoch was ich sag nicht ach der Arm ich weiß nicht mal was das für eine Mine hier ist vor allem warum ist hier eine Mine und ab in erinnern tschüss mit dem Ding nazistein nazistein erlaubst dazu war mal ein anderer letzterer dazu gesagt ja ich weiß das hab ich das weiß ich noch Freddy parodiert ihn ja auch zu gerne ich weiß aber nicht wer es gesagt hat zips mhm ok wartet wartet so ich hab jetzt einen Diamant-Harnisch mhm achja ich hab noch zwei Magma-Cream und einen Gastrainer und Blaze-Routes und die bring ich jetzt alle mal schnell zum Verzauberungsraum ich hab keine Ahnung warum da zwei Wasser fehlen ich hab keine Ahnung warum hier überall eine Mine ist ist doch geil warte lass mich da rein ich will farm ja mach doch ich hör schon die Gips spinnen könnte schon wieder kotzen ja find ich gut ich nehm nichts wertvolles mit und geh rein weißt du wo ich eben war mhm da komm ich auch glücklich hin aber irgendwie war ich hier schon mal teilweise in Tappeln teilweise nicht ich beende so lange mal alter wie viel Magma-Cream uns wir alles noch haben eigentlich wir haben jetzt vier Magma-Cream drei Gas drin alles andere auch tausend mal so ich beende mal kurz den Part und guck mal nach wie lange der Teile geht tschüss und damit herzlich willkommen zurück ich bin gerade in die Mine gerannt hab dabei vergessen den Aufnahmeknapp zu drücken und es ist eigentlich nichts passiert außer dass Jörgen Creeper in die Luft gesprengt hat ja und dass wir ne schöne Hülle gefunden haben wo wir gleich die Manken gesehen haben ja genau da wir aber leider keine Glücks-Freak-Zacke haben es ist leider sehr unergiebig aber boah Diamanten sind Diamanten scheiß drauf so ich werd jetzt erstmal Level farm indem ich Kohle abbaue und halt auch Creeper töte wenn ich welche sehe ich hab meine Rüstung natürlich nicht an weil die soll unbeschädigt bleiben so gut es halt geht bis zum 1.8er Update weil ab da ist es dann ja wohl etwas besser ja etwas dieser ist hier warum sind hier zwei Obsidian alter Schwede die Hülle ist nicht klein ja schon gemerkt ja schon also ich könnte wetten wir sind hier noch über der Hühnerfarm weil hier gerade die ganze Zeit die Hühnergockern oder ist hier unten ein Huhn? ach hier unten ist ein Huhn ja wie logisch ich wollt grad sagen wir gehen in eine ganz andere Richtung Jörg nicht unbedingt wir gehen unter den unser Dinges durch wir müssen eigentlich unter der Baumfarm gerade sein dein Ernst? ja wir sind ja die unter den unter der äh 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 Dinges runter äh unter der äh Treppe sind wir ja hinten lang gegangen stimmt wir sind ja nach hinten ah ok gut das ergibt Sinn wir haben jetzt übrigens nur noch 4 Minuten wir hatten eben noch 6 und äh ich werde jetzt die nächsten Part wie gesagt es wird jetzt die nächsten Part wahrscheinlich nichts spannendes passieren wenn nicht irgendwer was spannendes macht weil ich werde Levelfarm ich bin immer dafür gut immer einfach so in die Lava zu springen also nicht abschalten ja aber sie sehen dich ja selten also Jörg wird wahrscheinlich öfter sterben das ist irgendwie so ein Hobby von ihm ich glaub er steht darauf er ist auch Masochist professioneller ja kann man professionell Masochist sein? ja also mein Hobby okay dann 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 erzähl mal ein bisschen von deinem Hobby wie wie ist das so äh masochiert zu werden von sich selbst geil mhm hochschleck mhm ja schosslässig sorry hier ja Alter jetzt die Lava hier mal unten ist ne für Lava Mr. Lava Lava ähm ich bin fast tot also nein ich hab Hunger klar ohne Ende jetzt Wasser ich fresse übrigens jetzt für die nächsten 6 Millionen Parts nur noch Kartoffeln weil wir davon irgendwie 10 Milliarden Stacks haben das ist wirklich die Fan das ist das übrigens das Evil Chicken das wird jetzt erstmal abgemurkst hab ich Angst vor ihm hatte oh nein das gibt's noch weiter in der Höhle wer das Evil Chicken kennt weiß warum ich Angst vor ihm habe auch ein Obsidian interessant ja ich versteh das nicht irgendwie sind hier random Obsidian achso du bist da oben ich wollt schon gleich sagen du bist du da oben lass mir bloß meine EP da liegen ja ich brauch die ja das war doch vom Hühnchen ne ich hätte mir einen Stack Cobblestone mitnehmen sollen shit hast du einen Stack Cobblestone für mich eventuell boah das könnte ich nicht sagen gleich nachgucken wir mal hier selber hin als da weil ich hier Lava höre bin ich jetzt gerade ein bisschen zu dick ja und ja die ist ja auch Lava ich wollte grad sagen die ist direkt vor dir du Held aber die haben wir nicht übersehen ne kann man nur lassen ach die ist doppelt naja wir haben noch zwei Minuten in der Zeit farm ich den Kohleflötz hier ab hoffe dass möglichst viele EP rauskommen ich brauch die EP ich bin grad echt EP geil ne ah ich hab selbst noch einen Stack Cobblestone klein wir müssen noch ein bisschen an die Decke gucken ob da noch irgendwo wie das ist hallo ja guck mal ja ich bin an der Decke ja ich suche hier schon alles ab hauptsächlich nach Sachen die Level geben oder man kann Eisen ja auch in den Ofen schmeißen und gibt Level es dauert mir einfach zu lange dann nochmal zum Ofen zu laufen ich hab Bedrock hier schon? ich hab Bedrock hier schon? also hier unten ja schon klar ich wusste nicht dass wir so weit unten sind solange da kein Loch drin ist ist ja alles in Ordnung äh ja ich hatte schon dass ich aus Bedrock nicht wieder hoch gekommen bin ja irgendwie war auch ich weiß dir in der 172 war so ein Bug wenn du dann einen Baum gepflanzt hast ja ich hab Kohle weg noch auf Diamanten ähm dass du dann einen Baum gepflanzt hast? dass ich einen Baum gepflanzt hab da unten war ein Bug und dann ist der Baum mit den Wurzeln da drunter durchgewachsen oder so was? so ein vierstöckiger der hat das irgendwie kaputt gemacht beim Pflanzen es gibt doch gar keine Wurzeln ohne mal ja es hat sich irgendwie halt so entwickelt ich musste bei bei Spark mal gucken ok ich wollte gerade sagen es gibt nämlich keine Wurzeln ohne Mod was gibt's wieder voll ne irgendeinem Mod gibt's Wurzeln ich hab schon wieder zwölf Level und hier sind alles anders geläuchtet das heißt wenn wir in welchen Krieger kommt bin ich tot ich liebe diese Höhlen auf dieser Höhe ne das ist so geil überall Dias ist halt die Dias Höhe ne haha Dias Höhe haha ja und übrigens in der Hohle in der Hohle levelt man sehr gut ich bin jetzt einfach mal von Level 0 Level 14 ich mein das ist vielleicht nicht so schnell wie Viecher züchten aber das ist halt nervig weil es dabei lag bei mir hier hinten geht's in die nächste Höhle ne ok äh das war der Timer ich hoffe der Part hat euch gefallen wie gesagt die nächsten Parts werden alle so haut rein doll und tschüss Jörg abschiede dich Jörg abschiede dich ach schlussgewehr na hast du bei mir nicht ok 20 Minuten ich auch 20 Minuten einstellen und nächsten Part gleich beginnen ich bin auch schon Level 28 ich bin jetzt grad Level 14 bewache mich noch kurz äh Movies Change Part 56 äh Part 66 wir haben dezent viele Sachen aufgenommen ich bin voll ich bin voll ich bin nur noch Level mit wie geht's denn hier Part 66 ich esse nochmal kurz dann hatten mein Essen ist übrigens in Zwischenkalt geworden oh was ist es denn hm was ist es denn was du isst Choyanka oh voll lecker Russensuppe hm Russensuppe voll lecker 3 2 1 3 2 1 3 4 5 5 5